Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, in diesen Tagen, vor 38 Jahren, hat die kommunistische Partei Vietnam eine Diktatur über das ganze Land, auch Ellig, eine Diktatur der Unterdrückung der Menschenrechtsverletzungen, der brutalen Ausbeutung des Ausverkaufs des Landes und der eigenen Landsleute. Die Gemeinschaft der Exil-Vietnamesen, die Gemeinschaft der freien, demokratischen Vietnamesen auf der ganzen Welt hat sich heute versammelt in diesen Tagen, um der Opfer zu bedenken, um auf die Menschenrechtsverletzungen in Vietnam aufmerksam zu machen. Inzwischen ist es so weit gekommen, dass die kommunistische Partei Vietnam das ganze Land und China übergeben hat. Deshalb versammeln wir uns hier, um darauf aufmerksam zu machen.